Ich geh mal kurz hoch, von der OpenGas-Kammer doch. Achso, nein, aber die kannst du benutzen. Ne, man konnte hier nicht sehen. Geh mal zurück und benutze die mal, wo du gerade gesagt hast, die bringen mich. Naja, zum Einframe eigentlich, ne, bringe ich dir nichts. Jejeje, aber benutze die mal. Weil da, wo du rauskommst... Kannst du da nicht auch irgendwo eine sein? Jeje, achso. Ja, weil da oben drauf müsste das sein. Der ist auch tief genug hier. Das ist auch die Kiste, die ich meinte, ne? Die man gesehen hatte. Genau, und das ist auch die, die uns fehlte. Dann hast du keine mehr im Untergrund. Dann... Dann hast du keine mehr im Untergrund. Dann hast du keine mehr im Untergrund. Das ist komische Schalter-Ding in der Ecke. Ja, ähm... Bringt nichts, das ist ja, also... Nicht wirklich, ne. So ohne Gegner ist es richtig einsam hier. Voll schön. Was mir gerade einfällt, ist noch... Ich hab heute noch keine Ankündigung gemacht. Das müssen wir mal raushauen. Deswegen ist auch keiner da. Unglaublich. Nicht mal, äh, Streamlabs ist da. Schade, so. Bist du? Baby Shark Die 100 Shame-Bits. Ja. Shame. Bimmel, bimmel, bimmel. Okay. Schaden. Was war das Ding hier? Du bist ganz nach vorne. Was verstehst du da dran? Ganz am Anfang, bitte. Noch weiter zurück? Ja. Da bin ich in die andere Kiste. So, und folgen wir mal. Du springen. Au, au. Da runter. Und noch einen runter. In der anderen Richtung runter. Hier. Da müsste... Hier ist eine Höhle. Wow, versteckt. Genau, da runter ist die Piste. Ja, aber hier. Da ist... Filled up, Leslie. Ich... Ich dreh gleich durch, wenn du die Kamera noch machst. Hui. Da ist du es hin. Boah, ich geh zum Tier. Ohne Scheiß. Kann man nur... Die, du sag was. Diese Kamera. Schutzengel. Genau, was wir brauchen. Ja, ja. Deswegen hab ich dich dahin gelost. Dann musst du in den Raum... Richtig Gott zugleich. Wo... Das hat sich schnell aufgeregt bekommen. Wo Kairi... Äh, wo Kairi dich aus einem herzlosen Zustand rausgeholt hat. Das ist auch eine Kiste. Kiste. Das ist auch eine Kiste. Die, 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 die. Ja, wenn wir die erst mal haben. Sind wir happy. And you know it. Dann können wir auch aufschreiben, was wir fahren müssen für die Fahrer, für Ultima. Das Ultima, die wir schwirrt. Du musst da oben. Nein, nein. Weg damit, die Kamera. Wow. An zu Visieren. Nein, 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 in die Tür da rein. Los. Ja. Achso. Nicht zu weit. Links von dem bist du die sein. Oh. Ja, das andere Ding. Ich. Oh. Irgendwo oben. Ja, ja. Hier. Ich kann ja nicht sagen, wie man... Doch, kann ich sagen. ...an Vorsprung der rechten Säule hochziehen. Aha. Haben wir da so ein Ding gepokert? Probier's noch mal. Mach's doch einfach noch mal. Kein. Ah, Blitamin. Ah, Blitamin. Komische Stiftkraftgold. Naja. Wir nehmen das, was wir kriegen können. Ja, so. Jetzt ist das Problem, du musst Fahrschule fahren. Aber welche? Es sind aber auch nur zwei Kisten. Das ist der lange, glaube ich. Ja, ich hoffe, das ist der lange, weil der müsste uns ja jetzt dann zu dem anderen... Nein. Nein, das ist nicht der lange. Das ist der, der uns hoch und runter fährt, je nachdem, was ich einstelle. Der lange war der draußen? Der war nur draußen, ne? Das ist hoch runter, Typ hier. Hier ist die Bibliothek. Dachte ich. Ne, Quatsch. Hier bin ich hier wieder. Hier kam ich hier. Äh, der war da draußen. Aber wo draußen? Da drin gab es da noch was. Links, oben. Das ist beides Bibliothek, ne? Die beiden Türen. Hier links meine ich die. Ja. Und die geht da hin. Und die obere ist ja auch nur die obere Seite der Bibliothek. Ja, genau. Also müssen wir dann doch ein Stück erstmal wieder höher. Irgendwie, irgendwo, irgendwo rum. Naja. Du könntest ja auch rechts anfangen. Ne, warte, rechts ist doof. Wo ist rechts? Die rechten sind es nicht. Also es ist schon auf der linken Seite irgendwo. Wenn du draußen bist. Achso. Weil da sind ja auch noch Fahrspülfühle. Und ich meine, das war auch draußen. Ich gehe hier drauf. Das bringt nichts. Aber der hier fährt uns hoch. Nein, der fährt uns hoch einfach nur. Nein, der andere. Links davon. Das Teil, was aber, das war zum Aktivieren. Das hat no reaction Standort. Wohin. Jetzt müssen wir den Weg einmal rüberfahren, leider. Rüberfahren dauert immer so lange. Jetzt fahren wir eine halbe Stunde links und rechts. Da oben ist übrigens, da kommt man raus. Siehst du das? Da. Das ist der, der nach oben geht. Der muss dann da gleich drinnen sein. Wenn wir dann drüben sind. Kommt ihr jetzt ihr Gegner oder nicht? Wenn nicht, dann nicht. Kann man hier nicht irgendwo pimpen? Gibt es hier nicht irgendwo Geschwindigkeitslimit rausnehmen? Hier ist doch kein Stoppschild oder so. Keine verkehrsberichtete Zone. Ich mache hier eine Kraftfahrstraße hin. Dann fährt das Ding denn, das ist ein schneller. Ich würde das Game einfach nur modden, um das Ding denn hier zehnmal die Geschwindigkeit zu geben. Verzehnfacht einfach. Einfach eine Minute Zeit verschwinden. So, wir haben jetzt hier nur den. Okay. Hier kann man nichts falsch machen. Der fährt uns einfach nur Etage höher. Der fährt uns zu der Etage runter. Gut, dass wir es gemacht haben. So, jetzt sind wir wieder draußen. Das ist also nicht so, wie ich dachte. Dass wir irgendwie eine Möglichkeit hätten, irgendwas zu machen. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir noch ein Stück höher. Der fährt uns wieder runter. Hier geht es rein. Ich fahr das Ding mal runter. So, wir sind hier. Das ist auch nichts. Und wieder draußen. Gehen wir mal nach dem anderen Mal gucken. Da ist auf jeden Fall einer. Vielleicht. Oder so ist man. Wow. Und schalten. Das ist ja der, den wir suchen. Der schaltet ja oben. Hä, wir sind irgendwie schon wieder nicht da, wo ich... Ganz am Anfang. Wir waren ganz am Anfang, ne? In dem Ding. Ganz am Anfang bin ich eine halbe Stunde, ich gehe gefahren. Ich habe gesagt, guck mal, wie lange man einfach fährt. Ja, das war nicht ja ganz am Anfang. Das war irgendwo unten eigentlich, weil jetzt hier oben. Kapelle. Wir haben es geschafft. Alles zu finden, nur nicht das, was wir gesucht haben. Das ist auch ein Talent. Das muss aber nicht gefördert werden. Na, wir gehen jetzt runter. Wieder, ne? Oder hattest du noch hier oben irgendwas? Nein. Hui. Nein. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach oben. Vieles abgecheckt. Mhm. War es dann eher rechts? Von da aus irgendwo? Ja, ich meine irgendwie... Gab es hier überhaupt was? Es wird nach unten. War das vielleicht hier, wo du dann nach oben kommst? Oder wo? Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal den Weg. Wo ich einmal hier... ...visuell abcheck, dass hier nichts rumsteht. Auch wenn ich glaube, dass da nichts rumsteht. Und jetzt sind wir hier... ...im Kanal wieder mal. Ja, und hier war das, wo ich gesagt habe, dass wir die Kiste gesehen haben. Und das war es auch schon. Irgendwie fehlt uns doch ein... ...Teleporter. Am Anfang hatten wir einen anderen. Da und da waren Küsten. Kann der nur hier drin gewesen sein, ne? Äh, ich hoffe, ich hab's. Na, der ist zwar hoch und runter. Oh, warte mal. Ich hab vielleicht doch ne Idee. Gab's nicht in der Bibliothek noch so ne extra Ausgabe? Ja, oben. Vielleicht ist das der besagte Partei... Äh, das besagte... Ne, der besagte Teleporter. Was weiß ich, ja. Hierher. Aber bevor du an der Bibliothek warst, hast du doch auch schon so geflogen. Vielleicht hängt der so wieder mit Ruhe. Eine andere Decke. Ne, die Baunen verdadera? Da sind die drei letzten, weil... Ne, verletzt. Es gibt noch drei Welten, na? Der ist das hier für eine halbe Stunde. Guck, das ist doch der, den ich gesucht habe. Also ehrlich war, 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 war. Ach ja, dann... Ja, dann nehmen wir ihn. Ich weiß noch nicht, ob ich glücklich werde, mal gucken. Jetzt muss ich wahrscheinlich eher so. Weggehen und einstellen. Ja, dann fährt er jetzt rechts rum. ich will ja auch zuletzt und ich hoffe dass ich da nicht wieder den weg zurückfahren musste teleporter hätte auch 15 mal schneller sein können weil es ja mehr ein fahrstuhl das war die kiste die letzte mal sie nur gesagt habe ich kann leider nicht hier sind diese komischen geländer das ist ein gutes ding das macht alles das macht immer dass wir besser wo ist dann alle bildschirmen ist für sie prozent und maximal ap steigen wenn wir immer mal gegen blitz kämpfen oder gegen feuer haben wir die beiden hier am start ja erstmal sind war gut aus dem muss ich das sein sein regen wiedergeben erst mal kann aber das war resistenzen maximal mp angriffskraft team da kann ich mich klar kriegt er lieber gelandet macht mehr magie schaden ok und da bin ich willkommen müssen den ganzen weg zurückfahren yay ok Musik